Kleine Umbaupause zu dem großartigen Song Wir bleiben alle. Hier sind heute so viele. Damit wir heute auch pünktlich losgehen können und unsere Demonstration starten können, kann sich langsam angefangen werden, die Demo zu formieren. Hier auf den Straßenbahnschienen Richtung Alexanderplatz. Wir haben heute verschiedene Themenblöcke. Die Demo ist in verschiedene Themenblöcke strukturiert. Jeder dieser Blöcke hat einen eigenen Lautsprecherwagen. Und ja, es gibt auch einen Eiswagen bei diesem guten Wetter. Ganz vorne läuft der Jugendblock. Also alle Jugendlichen oder die sich Jugendlichen fühlen, können dort ganz an den Anfang der Demonstration. Hinter den Jugendlichen läuft der Enteignungsblock. Also alle, die richtig Bock auf Enteignung haben, können sich dort einreihen. Danach kommt ein Lautsprecherwagen aus dem Wedding, denn der Wedding bleibt solidarisch und kreativ. Dahinter läuft der Block der Interquizionale. Dahinter läuft der Kunstblock. Dann kommt der Studierendenblock. Und ganz zum Schluss noch der hedonistische Rave-Lauti. Also alle, die Bock auf Party bei diesem Wetter haben, ganz Ende der Demonstration. So, während die Band umbaut, es ist echt der Hammer, es werden immer noch mehr Leute. Außerdem sehen wir so viele verschiedene Initiativen, die sich ganz viel Mühe gegeben haben. Ballons dabei haben, Schilder dabei haben, gebastelt haben, was das Zeug hält. Tolle Slogans. Wer noch kein Schild hat und gern es eins hätte, irgendwo schwirren hier auch noch Schilder rum. Redet miteinander, so wie wir es alle tun, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freundinnen. Lernt euch kennen, habt ein bisschen Spaß. Und bei diesem Wetter, ich habe gerade schon gesagt, hat irgendwer Sonnencreme dabei? Ich habe das leider vergessen. Der Sommer hat heute mit unserer Demo angefangen. Ich glaube, das wird richtig geil heute. Okay, vielleicht an dieser Stelle. Also, ihr seht, es sind ganz schön viele Musikerinnen hier. Das ist ein logistischer Aufwand auf so einen kleinen Lauti, wie wir ihn hier haben. Deswegen improvisieren wir mal ein bisschen. Okay.